Leute, wir sind gerade hier im Kino und der Kinosaal gehört uns. Schaut mal, wie groß das Kino ist. Und diese ganze Leinwand, was ist das? 5000 Zoll? Wir schließen jetzt auch die Playstation an. Schaut mal, die ist schon hier oben. Es ist auf jeden Fall schon sehr dunkel hier geworden, damit der Beamer auch funktioniert. Und jetzt schauen wir, ob das mit der Playsy geht. Wo ist der Controller? Da. Du hast sie angemacht. Leute, es funktioniert. Die Playsy ist jetzt angeschlossen und ich zeige euch mal jetzt das Bild. Mein Gott. Guck mal, wie riesig das aussieht. Oh mein Gott. Playstation auf so einer Leinwand. Oh mein Gott. Ey, das ist doch ein Traum, oder? Ja.